So, hallo und willkommen zurück zu Snowboard Kids, war das, gell? Ach ja, da unten steht's ja. Snowboard Kids von Bears Gaming. Also Let's Play Snowboard Kids von Bears Gaming. Ich bin Barney. Ich bin Max und wir machen jetzt die anderen Strecken noch schnell. Dass wir vielleicht heute nochmal was Schönes aufnehmen können für unsere treue Gefolgsleute. Und nochmal Slash. Gliedscht denn die scheiß Stütze? Das weißt doch ich nicht. Nein. Mein Caesar-Sitz. Ich glaube ich mach die gleiche Kombi, wie ich es vorher auch schon gemacht hab. Night Highway. Das klingt ja schon scheiße. Aber gut, so machen wir das. Das ist wahrscheinlich Nacht. Die ewig stand rumgegen. Und falls du mal kein Rücklicht hast, nimm mal eine Taschenlampe. Was? Soll das so great sein? Also fahr in Urlaub. Fahr in. Gequitsche da. Gequitsche. Aha. Okay, das war ein totaler Start. Ach, gar nicht so. Ach, jetzt. Die Münzen geben immer 100. Jetzt blick ich's. Wenn du da durchfährst und du hast kein Geld, dann bretterst einfach nur dagegen und kannst nichts, kriegst kein Item raus. Deswegen hab ich vorher die ganze Zeit. Und wenn ich da durchgefahren bin und hatte keine Knete, bin ich dran hängen geblieben. Und das war natürlich eine Geschwindigkeit, sondern es war Armin. Es war Armin. Es war Armin. Es war Armin. Ich geh. Also 150-fache Schwerkraft hat da gerade geherrscht bei meinem Versuch. Das ist ein ganz enges Stress. Oh, das ist gut, dass meiner so gut lenkt. Nein, jetzt bin ich erst abgestürzt. Ich will die an mir vorbeilassen, wenn sie dann mit einem Schneemann von hinten überraschen. Äh, sagen mal kurz vorm Sprung, oder was? Ich hab jetzt aber abgeschmiert. Kurz vorm Sprung, jetzt krieg ich bestimmt da nichts. Boah, das war aber eng. Linge-Wing. Linge-Wing? Linge-Wing. Nee, Linge-Wing. Ding-Dong. Nee, wie? Was sagen die bei, äh... Hook? Hook? Heißt ja der Film mit Robin Williams. Und das sind Hoffnungen und so. Hey, krieg ich auch mal so einen Scheißdrecks. Klump. Ich würde jetzt meinen Geist spinnen wirklich, Alter. Ich war der erste. Der Geist, der Geist. Der schwarze Fandom. Woher? Der schwarze Fandom. Oh nein, ich vollrumpe. Oh nein, ich vollrumpe. Also das ist nicht meine Welt. Aber du bist auch so gut wie ich. Ja. Hallo. Legst du mal los? Hier ist ja fast eben, wie soll man da Gründlichkeiten bringen? Indem er losfährt, der Trottel. Ja. Tut mir jetzt leid für dich, aber... Ich muss die Schicksen da einladen. Uh, uh, uh. Ja, das war halt so arschlässlich. Was macht er denn? Stellt er sich quer? Ja, wenn du zu arg nach hinten drückst beim Lenken, stellt er sich quer irgendwann. Ja, das ist so schmutzvoller Arschlässlich. Boah, hast du die schon in der Probe? Oh ne, aber fast. Oh, der Licht ist übrigens wieder rechts ums Eck. Toll! Hast du der Hauptschuss in den Strukt fahre? Oder was? Rechts ums Eck? Ja, rechts da weg. Das ist ja gut. Ja, so bin ich auch neingefahren zufällig hier. Biba! Das hat man nen Ton. Das hab ich vorher nie gehört. Doch, schon die ganze Zeit man nen Töne. Also gut, ich weiß auf jeden Fall schon, dass mir das Level nicht so zusagt. Bei meiner irgendwie, der lenkt einen Stiefel zusammen. Ja, wenn du meinen Stuhlsteine den nimmst, der am Wiedrische lenkt. Und Rattle her, dann... Ist das halt so, ne? Du hast allerdings recht, gell. Du musst es vollkommen selber ausbreiten. Du kannst jetzt hier niemanden verantwortlich machen für deine Feldentscheidungen, die du drauf hast. Der Stein liegt ganz mies, den ich da hingelegt habe. Autsch. Ich fahre gegen den ganz großen Stein. Oh, hinfallt. Zu lange den Ticker halt. Ich hab jetzt auch schon High Speed Ventilator. Nein! Wunderschön. Toll, dafür bin ich jetzt... Toll. Die sind nix gut. So, jetzt juckt mich massiv am Kopf. Wie soll ich denn das jetzt managen? Aber ich hab's hingekriegt. Oh nein, hab ich nicht. Hauptsache, zu früh. Ich wollte grad sagen. Nicht zu früh. Wie soll ich... Super. Und gleich noch mal links hinunter fahren. Hä? Ich war zu nah dran, dann bin ich mit explodiert oder was bei der blöde Fotze. Jetzt geht's halt gleich... Oh, schau bitte! Ich bin ungefähr 10 Meter dreimal das Ding dann unterkackt. Ja, und ich bin zweimal hintereinander in meine eigene Explosion mit hineingefahren. Die Bischöre fast so gut böse wie ich. Max? Ja? Ich verzweifle hier. Hat dir das schon mal... Hat dir das schon mal einer gesagt? Ich bin gespannt, ob ich die wieder Ei holen davon. Was soll ich dazu sagen? Nein! Ah, das fallen wir da. Ein beschleunigt meiner Solaren. Äh, jetzt fängt er an hier einen Frontflug zu machen. Mitte... in der Ebene. Machen wir doch mal hier. Nicht Geld. Schon mal was vom Lenken gehört? Blödsägel. Nein! Nein! Ah, ich spreche ganz schön in meine Form, ich schieße da in die Siele und... Ach komm, mach du da den Crankflip und dann... Funktioniert's mal. Nein! 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 Du hast jetzt auf mich geschossen? Ich habe extra nicht auf die Geschosser, wo du mich überhaupt hast! Scheine! Ein richtiger, ein Ranzbär! So, herrslichen Glückstrom. Genau. So, dass du ihn genau passt hättest. Aber die kommt gleich so rein! Oh! Ist grad los, Fabi, hat grad noch mal alle eingeschenkt! Ist die das? Ja. Wieso haben die die jetzt so aufgeholt auf einmal? Wahrscheinlich ist sie Monoppaar, wie du siehst. So, jetzt hat die das alt sammelt. Yes. Ich hab's schon gehört am Pfuuuuff. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin der Ersten. Irgendwie. Whatever. So. Schnell, schnell. Der Hangnar. Schönen Geist. Verkrascht. Der Glatze. Kann ich wo? Das schaffe ich ja nie da drüber. Wie soll das gehen? Ja. Jetzt strecken die Nase so lange auf dem Wasserfahrt zu. Oh Gott. Oh Gott. In der letzten Runde gebe ich wieder alles aus der Hand. Davor hatte ich alles in meinem Griff. Oh, das war... In der letzten Runde, ja? Juhu! Tschö! Tschö! Die war ja der Deutsche Welle. FLE-R! Nein! Ja, wahrscheinlich auch nochmal. Daneben, oh mein Gott, ich kann es nicht fassen, Alter. Ich bin so eine Kacknulpe, ey. Das ist doch nicht normal. Das ist immer noch vorm Ziel. Jetzt hätte ich euch gerade mit dem, was ich noch an iPhone habe, hätte ich euch nur, ich könnte jetzt beide noch herrichten. Und dann hätte ich das Ding elegant nach Hause gefahren. Und jetzt wünschst du schon wieder. Neue, die. Ja, lügt nicht, als ob das nicht noch eingehen wird. Nein! Super. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht hat. Die ist schon auf einmal, ja, ich fahr mal vorbei. Aber einen Haufen Münzen haben wir jetzt bei, gell? Einfach letzter, eiskalt letzter, bin ich. Einen Haufen Münzen haben wir. Stimmt. Ja, das gucken wir uns jetzt gar nicht zu lange an, Hanna. Wieso, Dominus? Die Scheife haben vorbeigefahren an mir. Auf geht's. Also ich muss, ich muss glaube wieder den Average Joes hier nehmen, oder wie der heißt. Gras Valley, das klingt doch nach einem guten Level. Und der Allerander muss ich nehmen. Den da, das Andere, das ist scheiße. Ja, das... Ich habe keine Kurve gescheit gekriegt. Bin 1140 gegen irgend so eine Wand gefahren, sonst wäre ich weg. Oh, gar kein Schnee. Ready? Go! Herzlich willkommen zu Grasbord Kids. Ich habe den übelsten Start gemacht. Ja, und ich bin... Leider Vorkopf. Ich habe irgendwie einen Frontflip machen wollen und bin dann auf Schnauze geschnauzt. Auf Blatter geschnauzt. Nein, nimm Schnauze. 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 Dann geht das schon wieder los. Was ist denn das für eine Hügelküchte? Oh, Minna. Oh, der stellt sich immer quer, der Ranzkopf. Ich kann mich doch schon nicht ganz so arg lang nach hinten mit lenken, sonst... Ja gut, aber sonst fahre ich halt gegen Wand. Das bringt wohl genauso wenig. Bis gar nichts. Das ist Wohldosieren. Mhm. Ich muss erstmal da durchfinden irgendwie, ne? Oder gegen Wand fahren, das läuft auch schon nicht. Was sind wir denn? Die sind schon wieder raus. Ich bin jetzt auch gerade raus. Was fangt mir denn auf Gras? Wachtst du, am Hollande, die Strecke, inheritor. Da war doch knapp, ja, Schäfer, das kleine Zeile gesprünge. Zeile? Worauf fährt denn da jetzt vor mir rum gar kein... Ich kann mit den komischen Dinger gar nichts anfangen. Oh, da hätte ich springen müssen. Die Abkürzung hat mich jetzt direkt auf den Platz katapultiert. Das war schön, das war mir so unnötig. Also wieso steht denn da nicht, dass man da springen muss? Soll man das sehen oder was? Plötzlich kommen da irgendwelche Löcher im Boden. Hallo, fährt denn mal wieder los? Ich kann nicht losfahren, weil die Alt vor mir steht. Hallo. Was ist denn mit dem? Ich komme auch nicht aus dem Knicker, doch jetzt. Geht's weiter eigentlich. Warum hast du jetzt mal einen Geist abgekriegt? Hab ich doch gar nicht. Hattest doch gar einen Geist. Ja ne, ich war einfach nur genau neben dir. Und dann war er erst bei dir und bekopft worden. Wenn du mich mit dem Ding triffst, dann schelst es aber direkt neben mir. Ich habe einfach geilen, doch. Weil das mit den... mit den ollen Fallschirmen, das ist ja übelst lieb. Oh nein, da geht's ja gar nicht nach links. Das war mal... Da waren wir wohl beide genauso fällig bläht. Ja, jetzt sammle ich halt alles mal ein, oder was? Wie wär's mit mir? Ja, ich führe den Tussi eigentlich. Ja, also, so können wir es auch machen. Aber der komische grüne Kobold, der ist schon wieder fort, oder was? Ja, der Domi, der ist schon wieder weiß, der Teifel so schießt. Der kann auch nicht lenken, der Kopf, los, Gas, Gerber, aber ist immer der Erste, oder was? Immer der Hangnackschloss, der sind vor dem Ruf, ja. Ah, auf geht's, auf geht's. Oh, hier ist die Check. Oh, da ist er. Jetzt bin ich meine eigene Explosion eingefahren, ich sag jetzt. Ich bin vor dir dran. Hey, ich bin... Nö, oder? Hallo? Warte, was ist denn so eine Ansicht gewesen? Ich musste alles so schräg lenken. Ja, Frank, du musst mal angucken, du hast das nicht beobachtet, wo das bei mir in dem scheiß Wassergraben drin war. Ich bin da zwei Minuten hin und hergekopp, die ganze Zeit, dass sich die Kamera dreht, das hat mir auf den Arm gespuckt beim Lachen und Ekel. Schadling, so. Toll, komm, da mit 400 kmh in Ecke. Die ist so abgelenkt, dass die... Oh, das ist ja wog. Super. Das war jetzt gerade der Keil, ey. Blöder. Soll ich meine Abkürzung abgenommen? Mhm. Und ich herrsch. Und jetzt kommt wieder plötzlich ein Abhang. Da steht einfach nicht, dass da ein Abhang kommt. Woher soll ich das wissen? Das kann ich doch nicht, wie ich oder so was. So, hier, guck, da steht jetzt das Schild. Jump. Also, dann jump ich da. Aber wenn da nicht steht, jump, warum soll ich denn dann da springer? Und dann kriege ich immer so genau noch mal das Scheiß. Was soll denn das jetzt? Es kommt. Es kommt. Auf den grünen Stück rausgange. Er ist ganz weit gekommen. Ja, hab ich ja hoffentlich auch mit dem. Ja, ja, damit trifft ihr ja alle. Ja, eben magisch. Wo ist denn der grünen? Ich bin auf jeden Fall mal wieder Redstock. Wie gewohnt. Wie gewohnt. Ich weiß schon, viele Schritte weiter vorne. Jetzt fahr ich nicht mehr die Schüsse in der Abkürzung. Jetzt fahr ich bloß über fünfmal. Die Schnauze. Wo bist denn du lang? Rechts lang? Ja, vorher bin ich rechts lang. Ist ja doch der Bepp. Und da bin ich dann gleich da einmal in so ein Loch. Nein, kaum viel über 200. Jetzt bin ich wieder ein Geist in der Lab. Was, wieso gewohnt mich denn jetzt hier alle? Oh, schon wieder die blöde Brücke runtergefahren. Im Ernst? Ja. Das täuscht so. Oh, ich bin auch noch selber mit Nike gefahren. Ich renne zu ihm. So schräg. Ey. Mach schon das. Ja. Kann sein. Der kriegt wieso schon mal einen Fallschirm? Das mit dem Fallschirm, das hat auch irgendwie gar keinen Sinn. Das ist auch echt eine miese Kiste, Alter. Bis da alle ewig bist du da wieder auf dem Boden geschaut. Was, jetzt hat sich das Ding da vor mir aufbaut und dann konnte ich nicht mehr weiterfahren. So, ich lass mich mal, in die vorbeidem kriegt jeden Fallschirm. Du schindermilter, du bist vor mir die ganze Zeit. Die Bremsdruck. Ich hasse ihn. Du Stück Scheiße, du fettes. Das ist immer der Fett, sagt er zu. Was ist das? Was ist das? Die. 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 Ich bin. Alter. Ich guck die ganze Zeit nach unten und denk. Hä, der ist in der gleichen Kurve wie ich? Was soll das? Aber ich bin ja oben. Oh Mann. Ich. Was finde ich? Horstkuchen. Was finde ich? Kuchen. Mit Kuchen in der Schmaß. Nice. Die. Die Schnauze ist nur. Ich hab das hier, das hab ich schon komplett begeistert. Das wäre nicht. Weil ich jetzt grad gemeint, dass ich bin du. Ich hab die ganze Zeit auf der Unterricht bin schon. Und hab ich geb. Bin einfach nur ein Tringel rumgefahren. Stimmt die Olle. Ich hab 7.130 Geld jetzt, und ich hab nul Geld. Ja, ich hab mich beraubt, mit der Maus, da klaut mir das Geld der Hand noch. Echt? Ich hab grad übel viel Kohle gekriegt. Ist die? Da vorne ist die da, oder? Also einer fährt jetzt ziemlich... Ah, wenn ich jetzt fahr' ich gegen den Ball. Guck mal, ob ich denn wenigstens noch niedrig bin, dass ich wieder ganz nett stocher bin. Ich hab ja noch ne halbe Strecke 2, da könnte man ja vielleicht mal ne Ambition entwickeln zu Beginn. Das ist aber kalde. Ich hab dacht, da muss man springen. Mann, ich hab meine Kiege falsch schon gegen sich dumme Hände getauscht. Guck mal Teller, Teller, Teller! Mittel im Flut. Das fährt ja ganz aus, weil ich gerade nicht schnauze. Auf die Schnauze, auf die Schnauze. Wenn du auf die Schnauze gehst. Warte, ich verdank's an Sie mal. Das ist ja dein Geist. Ja, auf mich. Achso, bist du erst. Oh, ich bin erst. Hast du ein Schützchen Geist wahrscheinlich? Ja. Dann hat er irgendwo nen Abgang. Das hab ich bisher irgendein Geist. Sorry. Sorry. Da bist du auch so ewig. Guck mal, jetzt bin ich letzter. Alter, bist du ewig so ein scheiß Eiskristall. Eiskristall? Na ja, stimmt normal. Guck mal, ich bin, guck mal. Ich glaub's echt noch gewonnen. Boah, der grüne Bastard. Ich hab nichts zum Schießen. Nein. Ich hab gelacht mit den anderen. Ja, übel. Weil ich gegen den Zaun gefahren bin. Das wär witzig. Witzig, witzig. 3 Mark 50. Das war ja eine brutale Runde. Jetzt kommt die letzte. Ich führ mit zwei Siegen. Mit dir gleich. Okay, weiter geht's. Los, eine Runde haben wir noch. Ein Rennen haben wir noch. Los, continue, los. Schnell noch ein Rennen. Ja! Ich nehm noch mal den Slash. Karunaki. Ich nehm jetzt mal den Tommy. Gemernt? Tommy. Scheint das so. Du warst schon vorher schon. Dizzy Land. Oh shit. Oh fuck it. 3 Sterne Schwierigkeit gut hatte die gerade eben auch. Ähm. Oh fuck it, Alter. Was ist das für eine Abgespaste? Ich nehm auf jeden Fall das dazu. Ja, das ist vielleicht geschickt. Was ist das? Dizzy Land, Alter. Anstatt Disneyland? Jetzt bin ich so Schnee. Hier haben sie auch, oder ist sie auch? Mhm, ich auch. Guck. Der dicke Daumen. Ich ne schnelle Mann. Oh, ich hab kein Geld. Das war clever. Ich hab jetzt übrigens auch keins mehr. Das ist gut, was ich gesagt habe. Weil ich darf dann das nächste auch nicht drauf haben. Was, was, was? Ich geh doch nicht überholen. Ne, man neben mir her. Der wird überhaupt nicht langsamer. Was soll denn das? Ich hab ja kein Geld. Oh Mann, gerade hab ich's noch gesagt. Ich seh. Super. Jetzt seh ich irgendwas aufs Dach. Das war für mich. Ganz groß. Vielen Dank auch. Danke für mich. Mhm. Ich hab immer noch kein Geld. Ich kann immer noch keine Alms kaufen. Was soll das? Ich bin auch grad mal überfordert mit der Strecke, bevor ich groß Angst, ich mach mal Tricks denke und so. Ich bin auch noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Halt, da geht's lang. Das war grad knapp. Frontal ruft zu. Frontal. Und gleich nochmal. Hallo, fahr doch jetzt mal da drum rum. Das unsichtbare Snowboard, das haben wir ja wirklich noch nicht verstanden, ne? Das war nicht Snowboard unsichtbar, sondern das Mintle. Ich glaub, dann trifft dich echt nix. Doch, den Geist hast du mich vorher trotzdem drauf. Ja, aber nix mit Schießen oder so. Oh fuck, was ist das hier ein Flipper oder was? Was ist denn das überhaupt hier? Oh, ich fahr hier durch den scheiß Flipper und bleib die ganze Zeit an diesen Bumpern da hängen. Äh, da bin ich schon durch. Ja, tolle Wurst. Danke für nichts. Ich bin jetzt... So was. Wenn ich jetzt noch einmal auf so ein Ding drauf fahren hab, dann hätt ich mich, gell? Dann krieg ich aber komplett füllen. Toll, jetzt zahl doch hier mal ne Minze. Und dann bin ich nett, hab ich's nicht geschafft, draufzufahren. Oh. Oh. Weil's an den Sprüngen auch immer Tricks zu machen. Ach, ich hab's nur über die... Dings geschafft. Oh. Furchtbar Match schon. Oh nein, ich hab Dreck gemacht, den Ding auf dem Absprung von der Brille da gelandet. Aber was ist denn das? Was denn? Ein Schluss. Hab ich jetzt gesagt. Bei dir meinsch. Ich denke schon Wasser. Toll. Wollte ich auch nicht lenken. Sind wir halt Saufer. Surfbob Kids. Von Grasbob Kids zu Surfbob Kids. Geht's denn lang? Tritt in der Ecke. Ha! Und wo ist's? Den hab ich gut geschaut. Links in der Ecke. Ich brauche eh noch weiter bis ich da bin, glaube ich. Nein, egal. Das ist schon ein wenig abgefahrene Piste hier. Fuck. Okay, ich hab eine hab ich schon. Die ist jetzt grad vor mir mit dem Lift Nuff. Vielleicht schaffe ich's auch noch. Sie zu holen. Epa. Jepatsch. Jepatsch. Schwadisch. Schwadisch. Jetzt weiß ich nicht. Jepatsch. Du gehst mir klar. Nein. Ey. Ich hasse mich schon wieder selber. Aber das Spiel ist schon... Ich denk der erste Platz. Das Spiel ist schon witzig. Das ist nicht wie 1080 Nerv töten. Das ist schon witzig. Ne, das macht schon Laune eigentlich, ja. Also es ist ein bisschen augenfickerig. Oha, ja. Mit Epilepsie würde ich hier nicht antanzen. Weil... Du siehst halt auch echt nicht immer gleich, um was es hier geht und so. Ja und dann ist halt auch alles in tausend Farben, gell. Und dann noch diese abgespacede Mucke dazu. Ja. Wobei die jetzt weniger auf meine Augen drehen. Aber der Gesamteindruck. Der ist schon echt brutal anstrengend. Stundenlang könnte ich das jetzt glaub nicht spielen. Ne, ich bin jetzt auch gleich froh, wenn die Runden vorbei sind. Ich vergesse immer mit Tricks. Äh, das macht kein Geld. Ich hab das jetzt gehofft. War der umsonst? Ach ne. Ach ne, ein Kack-Fallschirm. Wahrscheinlich die Münze. Toll, Mittle da drinnen. Ach, da rechts geht es übrigens weiter. Ich war plötzlich Erster. Wieso war ich Erster? Ja, weil ich jetzt gerade Letzter bin. Oh, du Kack-Lappen. Warum sperrst du mich jetzt in dieses Eis-Ding ein? Ausgerechnet dich, weißt? Ich hab einfach mal geschossen aus langer Weich. Gut! Au! Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, dass... ich war als Norbert, äh, das in den unsichtbaren Fahrer zu machen, den ich dahin gemacht habe. Was ist denn das für ein Klum-Batsch? Ich hab das noch rüber mitgebracht. Ja, schon, aber... Das hab ich zweimal jetzt nicht gemerkt. Ich hab beim letzten Mal eigentlich den Sprung überhaupt nicht mitgeschnitten. Jetzt hab ich doch gerade auf die alten Schossen noch mal gesetzt. Das ist ja abgefeuert. Maaan. Warum bin ich jetzt eigentlich schon der Letzter? Du musst los. Ja! Ja! Boah! Der bleibt mit seinem Lanze an jeder Säurer Stange hängen. Was ist denn, wenn du da nun der Hopfstandseite fährst? Genau auf den Eis-Klotz von Fahrerburg. Ne, ich bin schon gekonnt dran vorbei gewitscht. Oh, das ist echt kacke, wenn du deinen scheiß Fuß nicht anwinkeln kannst. Kannst du. Oh. Leg doch mal los jetzt! Hallo! Oh, der braucht acht Jahre, bis er losfährt, der Fetzer. Ey, das Ding hier hat keine Steigung. Ich komme hier nicht nach dem Platz. So, danke dir. Der... Was macht denn Meinung? Ja, hier ist keine Steigung. Äh, keine... Kein Hang. Da geht's halt nicht vorwärts. Das... Physics, Junge. Schon mal bist du auf dem Snowboard gestanden, hast du versucht auf der Ebene loszufahren. Das ist ganz einfach. Toll. Ich hab noch einen Falscher und den hebe ich mir jetzt gerade so den Simpahel da vorne auf. Was denn da so richtig... Oh, die krieg ich jetzt. Dann kannst du das eigentlich hebeln wie für dich auch. Ist nix da. Ist nix da. Ist nix da. Schon eine Herausforderung? Nein. Die Striche ist jetzt auch so eng hier oberhalb. Du bist gekonnt an uns beiden vorbei. Und die dummen Nuss auch, die blöde Füße. Doch, aber ich schaff mir den Ventilator die Kurse und dann scheiß die Wand an. Und knete. Spannend ist die Ebi. Das ist ein Führungswechsel hier die ganze Zeit. Das ist brutal, gell. Ich habe eigentlich was cooles an dem Spiel. immer einer sozusagen die ganze Zeit der gleiche Verfolger ist. Sondern da ist wirklich jeder mal vorne irgendwie. Hallo! So ferschen du eigentlich da immer gegen die Wand. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe gar nicht, warum ich überhaupt immer gegen die Wände fahre. Weil du ja nicht so viel länger gehst. Ja, das habe ich gerade ferscht. Oh komm, ich war Erster. Jetzt habe ich nur verloren das Ding. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Das täuscht. Das ist schon nur ganz schön gestückt. Ja, aber so wird das halt nichts mehr. Ach komm, leck doch mal Gas zu mir jetzt. Von wegen ist der schnell der Trottel. Oh, das erste Mal, dass ich das Ding schaffe. Ich habe es auch gerade geschafft jetzt, ja. Ich glaube schon das zweite Mal. Boah, so sauber bin ich hier noch nie durch. Danke dir. Du bist ja ganz Peter. Nein, der gewinnt das Ding. Scheiße. Ich bin jetzt da. Ist schon da. Ich habe noch irgendeinen Schneemann verwandelt, aber das war ja nicht gerade die beste Runde. Okay. Jetzt haben wir alle zwei Siege. Zwei Tommi, zwei ich, zwei du und Guldi Tusk. Aber gut, das soll jetzt mal gewesen sein. Jetzt haben wir alle Strecken gefahren mal. Ey, meine Augen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hey, ich habe ganz vergessen, dass wir aufnehmen. Ich war so in dem... Ich bin total durchwind. Sorry, Leute. Also, bis dann. Gute Nacht. Tschüss. Bis dann!